Hallo und Willkommen zu einem weiteren Tag in Fae-Palm. So, es regnet. Wir müssen also schon was gießen. Dann schauen wir mal. Dann haben wir unsere Lilien. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir... Die haben wir ja schon. Aha! So. Gelb und rosa. Warte mal, die da sind jetzt wo? Sind die hier? Ne, die sind oben. So, gelb und rosa. Woll ich nicht auf einmal die gelbe? Ich dachte, ich hätte schon ne gelbe. Ich habe jetzt tauschen die beiden. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Eine weiß-weiße, die brauchen wir ja weniger. Aha! Ein rot-pink. 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 Rot-rot. Ja. So. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Eine rot-grüne. Kröner. So. Das ist auch falsch. So. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Eine schwarze. Die sind ja hier so, ne? Ne. Also schwarz schon mal unten, ja. Ja, die sind auch oben. Hallöchen Jason. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Dann haben wir hier. Dann haben wir hier Säger. Okay, cool. Ah, Elfenbeinfarben, sehr schön. Jetzt schon zwei Elfenbeinfarben machen. Weiß-Blau. Nehmen wir, glaube ich, schon mal einen Blau, ne? Was war noch? Nochmal weiß-Blau. Sehr schön. Oh, cool, guck mal, das ist ja jetzt pausiert. Das ist ja cool. Nochmal weiß-Blau. Und nochmal weiß-Blau. Oh. Oh. So. So. Okay. Gut, dann. Kochen. Kochen. Jason, wie war dein Tag? Da. Oh. Ich wollte eigentlich... so. So. So, Hallöchen Keks. Und Hallöchen Yuba. ein bisschen Paul. Heißer. Ein bisschen Paul. Heißer. ich habe das gefühl heute wirkt der bach nicht so ganz mit der verbundenheit ich gehe mal anspäten den viel akkab So, Kartoffeln. Kartoffeln. Schauen wir mal bei den Tischen da rein. Was ist das? Das war's für heute. Ja, dann auf in die Salzwassamine, oder? Naja, alles abgecheckt. Ja, alles abgecheckt. So, War ich eigentlich... ja doch, war bei den Kragen. Wo ich war jetzt dadurch auch nicht in... Na doch. Wo? Wo? So, wenn man... Och sagt, ob du war wieder auf dem... Ich habe gar nicht mehr Info, dass du leher. Oh. 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 Ah. Ah, da neben. So. Auf geht's in die nächste Ebene. Oh, seit wann kommt man da auch direkt hoch hoch? Wusste ich gar nicht. So, ich will nochmal ordentlich den Topaz abgreifen. Woa, 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 woa. Oh. Oh. Ah, so. Oh, let's do. Ah, der Grund mal. Ja. To, du, 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 du. Da, du, du, du. Mmm. Hmmmm... Auw! Auw! Oh, jetzt ist mein Rucksack gleich voll, oder ist er jetzt voll voll? Ja, jetzt ist mein Rucksack voll. Huch! Glück gehabt, weil die Ebene hier ist jetzt auch fertig. Gehen wir jetzt nochmal hoch in die andere Mine. Zuerst gehen wir noch ins Tierhaus und laden unser Rucksack aus. Hoho! So? Und wie viele haben wir jetzt? Achtzig. Hm. Okay. Gehen wir noch um die Treibende Mine. So? 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 Ebene 1 Erfolgsreichigkeit. Wo sind denn hier irgendwelche Sachen? So, auf geht der Name der zwei. Dup! Ah, wo sind denn hier die Edelsteine? Aha, er ist ab Ebene 5. Dann überspringen wir die 4 auch gerade noch. Oh ja, hier ist die Nein, 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 nein! Okay. Nein, nein, nein! Ich habe schöne Becken. So. Einfach irgendein Fall. Ich hatte gerade Angst, dass ich schon wieder runterfall. Auf geht's in jedem Nacht. Und da sind jetzt weiter mit den Pfannen. Jawoll. Das Schlimmste, was mir immer mit dem Buch passiert ist, dass ich mich an einer Seite geschnitten habe. Auf dem Papier. So. Jetzt habe ich die zwei schicken und dann geweckt. So. Jetzt kommen wir wieder in die nächste Ebene. So, jetzt sind wir schon in der Ebene 9. Wir haben schon 123 Amatisten und einen großen Quarz gesammelt. So. 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 Was ist das? So, jetzt haben wir hoffentlich alles mal hier entledigt und ich hab doch schon einige Gegner. Oh, ich hab sie gerade geweckt. Dann gehen wir einfach schneller weiter in die nächste Ebene. So. So. Und die Ebene zwölf. So. 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 So.